Okay, dann nehm ich dich jetzt runter, dann packe ich dich da rein. So, müsste der ja drauf passen. Eigentlich. Bitte, bitte, bitte. Ja. Und du dann auch noch da drauf. Ja. Ha. 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 Und das wird wieder stürmisch. Okay. 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 So, dann wollen wir uns den Schrott hier ausladen. Jetzt habe ich mir gedacht, dass die Spiele aufgepressen haben. Das habe ich mir doch gedacht. Aber wenigstens fressen die da draus. Das ist ja schon mal gut. Das ist schon mal gut zu wissen. So, trinken ist noch. Erstmal da hin. Gut. Dann haben wir da noch Futter. Auch schon wieder leer. Ich muss ja echt langsam, glaube ich, das Getreidesilo holen. Alter, was wollt ihr denn hier? Könnt ihr mal weiter pennen? Was seid ihr denn drauf? Was ist denn, wenn ihr nicht gleich Dauerschlaf habt? Was ist das denn? Was ist das? Ein riesen Kackehaufen oder was? Was war das? Ist ja eigenartig. Ich glaube, mein Schwein schlaft. Das ist... Ich glaube, das ist es ... Wichtig ist... Was ist das ... Was ist das ... Was ist das ... Wie ist das ... Das ist doch cool, man kriegt ganz viel Feuerwerk geschenkt. Das finde ich ja witzig. Das Schwein rutscht über den Schnee. Ja, 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 genau. Das sieht nur ein bisschen creepy aus. Das sieht nur ein bisschen aus. So, dann haben wir die auch da. Jetzt holen wir noch ein bisschen Metall, dann können wir den Käseschrank bauen. Dann können wir schlafen gehen und dann können wir Käse machen. Ich glaube, viertens dann ist für heute auch Schluss. So, der Schrank ist fertig. Perfekt. Wie war das jetzt? Warte, warte, warte. Okay. Ich habe da irgendwo ein Ei abgelegt. Ich habe irgendwo Milch abgestellt. Da. Milch. Da rein. Dann habe ich hier irgendwo ein Ei hingelegt. Aufheben. Das muss da rein. Und dann kochen. 92, 96. Entnehmen. Unser erster Käse. Juppu. Moin, Ladies. Braucht er mal was? Ach, reicht schon nicht. Ist schon wieder leer. Ist ja eine Frechheit. Ist ja auch nichts mehr in so einer Crew drin. So, gut. Dann können wir erst mal pennen gehen. Okay. Cool. Äh. Kannst du mal aufstehen? Hallo? Danke. Ach, Quatsch. Ach. Ach. Kannst du mal den, 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 den Dings auch voll machen? Hm. Den Crew. Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn. Jetzt müsste Schluss sein. Ja. Achtzehn Mal. Ein Käse, eine Ladung. Okay. Ist ja auch in sich. Äh, apropos. Körbchen. Wo ist mein Korb? Hurt. Da. Oh, da sind noch gar keine Reihe drin. Servus. Na, alles fit bei euch. Nee, raus wollt ihr nicht. Das ist... Ach, apropos raus. Ich muss unten noch... Ha, ha, ha. Ich muss euch ja noch aufmachen unten. Da, 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 da. So, Moment. Erst aufräumen. Was sieht aus bei euch. Das ist ja ein Schwein, das ist alles nuscht, ging. Also die Schweine ja noch ordentlicher. So. Ne, geht doch. Da, da. So. Viel Spaß. Was? So. 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 wie lange geht denn der gaskoche überhaupt gar nicht darauf geachtet ob es eine anzeige für gibt so erstmal so und dann kann ich ja gut okay das läuft auch voran hier haben wir alles rausgenommen die haben wir gerade fertig gemacht dann gehen wir hier mal eine runde schier machen und dann sind wir für heute eigentlich echt gut vor dass wir können nächstes mal wieder schweine ich würde sagen 1 2 2 können wir bestimmt das ist doch mal los dankeschön für dein follow dankeschön vielen vielen dank vielen vielen dank willkommener gruppe so das futter drin und hier ist noch ein bisschen wasser drin ich muss noch kurz das wasser nachfüllen nicht dass ich das das nächste mal vergesse kannst du mal danke so gut ich denke es nur alle versorgt es läuft alles erstmal doch weg ja guck doch weg ist in ordnung du musst mich nicht angucken ja was warst du dich doch schlafen so okay doch gar nichts unerhört dieser chip unerhört so billy von hier dankeschön ein neo grüß dich der geht ewig wer geht ewig million wer geht ewig also ich denke wir sind schon echt gut vorangekommen also haben große schritte gemacht heute wieder in drei stunden bin ich es jetzt nicht vielen vielen dank fürs zugucken an alle vielen dank und noch mal ganz viel liebe an ordentlich das jason für seine fünf giftet subs amareli dankeschön für dein follow für die 300 bits von einem anonymen spender vielen vielen dank dankeschön und natürlich elektro für sein resum im siebten monat es geht oh mein nummer ja hat laune gebracht macht spaß hat ich glaube nicht gemacht also was ich ein bisschen tricky finde das wirklich nicht wenn es schnee liegt auf der straße das lässt sich noch gut fahren aber das danach das aussieht wie schlamm wenn das ist unmöglich zu fahren dazu also an mir soll es nicht liegen elektro an mir soll es nicht liegen am rally dankeschön ich wünsche dir auch eine schöne schöne nacht bis zum nächsten mal und dann falls wir uns vorher nicht mehr hören sehen lesen schönen vierten advent euch allen und ich sag dann tüdelü bye bye und gute nacht bis dann 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 bis dann